Hi Leute, Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von X3 Terran Konflikt. Ich habe es jetzt geschafft, dass ich wieder die Maratür Schiffswerft an die Position stellen lassen habe, wo ich es haben möchte. Da fliegen wir gleich hin. Der Mistral Superfrachter hat jetzt hier die restlichen 400 Megajun Schilde, die lasse ich mir jetzt noch geben und dann hole ich mir noch leider die zehn Kampfdrohnen und schicke den dann nach hause oder vielmehr zum einkaufen von Kahunas. So, du kriegst die MK3 Software. Und du fliegst nah. Zu Profitmin, dann kriegst du deine Megajun Schilde. Genau, das waren meine Versuche hier, die Maratür Schiffswerft in die richtige Position zu bringen. So, die Kampfdrohnen gibst du mir. Kaufe zum besten Preis halt. Und zwar, gehst du mal nach Omikron Lyre. Was fehlt denn dir? Ach so. Okay, du bist ja eh noch nicht fertig. Gehe zu Position. Da unten will ich hin. Verzerrte Herrschaft. Da unten muss ich hin. Hierher. Sprungantrieb wird geladen. Die Schilde bauen sich auf. Und jetzt werde ich die Hyperion erstmal ein bisschen frisieren. Ich muss natürlich erstmal schauen, ob ich überhaupt genug Geld dafür habe. Ich weiß gar nicht, was das kostet, ein M6 jetzt zu frisieren. Schon alles ziemlich lange her. Meine Händler. Okay, 20 Millionen. Okay, du hast jetzt erstmal hier Kahunas geholt. Kahuna Fleischblöcke transferiert. Energiezellen. Was hast denn du noch an Bord? Fracht. Fracht. Was schleppst du denn? Balooka-Raketen. Feuerfall. Okay. Dann holst du dir mal ein bisschen Energiezellen. Energiezellen. Öhm. Sprich. Ringe in den Sektor. Nicht, dass du wieder hier kaufst. Ringo Mond. Kommando akzeptiert. Okay, jetzt muss ich gucken, wo der Maradeur hier ist. Da ist er jetzt wieder ganz woanders. Eingehende Nachricht. Kommando akzeptiert. Ist mir jetzt egal, was das kostet. So, Maradeur. Wo bist du? Was ist das? Stationstrümmer. Stationstrümmer. Was ist das? Wo ist der Maradeur? Der muss hier irgendwo sein. Was ist das da hinten? Was ist das? Wo ist der Maradeur? Der müsste eigentlich jetzt hier wieder sein. Pirat Karake. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Redcon Staffel. Genau. Da muss auch irgendwo der Maradeur hier in der Nähe sein. Ich sehe ihn nicht. Das da hinten könnte er sein. Das sieht gut aus. Okay. Fracht. Docke an. Fracht. Du hast auch Kahunas. Andererlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Jawohl. Dahinten muss ich hin. Dann kann ich hier mein Shift tunen. Es fliegt nämlich jetzt nur 169. Das ist mir natürlich zu langsam. Was habe ich jetzt an Waffen? Gar nichts. Kampfdrohne habe ich. Konfiguration. Das müsste eigentlich alles passen. Ungelenkte Raketen. Ja. Die kann ich ja verkaufen. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Drohnen. Da werde ich mir noch zwei... Ähm... Kampfdrohnenmanufakturen kaufen. Info. Wie viel kannst du denn du tragen? Fünf. So, das Mega-Tuschel kannst du hierher tun. Fünfundzwanzig MJ-Shield installiert. Und dann kriegst du gleich... Kampfdrohnen hast du doch, glaube ich. Fracht. Genau. Und wo schicke ich dich jetzt hin? Äh, wo schicke ich dich hin? Imperialer Grenz. Ist schon jemand? Strand der Ewigkeit. Ist schon jemand? Royx Vermächtnis. Da kannst du hin. Okay, Energiezellen. Energiezellen. Also, wenig Energiezellen. Ähm... Handel... Sektorhandel. Royx Vermächtnis. Kommando akzeptiert. Kommando akzeptiert. Okay. Halt! Ich muss dich doch erstmal umbenennen. Du wirst, äh... Die 36. 36. Du wirst, die 36. 0, 3, 6. Okay. Gut. Haben wir eigentlich jetzt in... Hier in dem Sektor noch Schiffchen... Gelandete Schiffe. Ach, der ist ohne 36. Name... Warte mal. Äh... 41. Da ist die Nachricht. Ah, ist das teuer. 6 Millionen. Okay. Das ist auch teuer. Entschuldigen Sie vielmals, aber dafür bin ich nicht zuständig. Es tut mir leid. Es tut dir leid. Ja, wie ihr seht, macht er meine Hülle ja kaputt. Aber meine Marines werden das wieder richten. Ich habe dir über 6 Millionen Credits gegeben. Mach mein Schiff nicht so kaputt. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Es war uns eine Freude mit Ihnen zur Arbeit. Eingehende Nachricht. Okay. Ja, jetzt kommt natürlich die ganze Drohne reparierendes Schiff. Okay, dann macht man eure Arbeit. Okay. Springe in Sektor. Na? Sprungantrieb wird geladen. 10% 20% Ich mache das mal aus. 40% 50% 60% 70% 80% 90% Daher kommt die Drohnen. Das ist das Problem. Habe ich das erstmal aus gemacht. So muss ich jedes Mal warten bis die Drohnen repariert sind. Das können auch meine Marines machen. Ich weiß ja, wo ich noch 7 Millionen Kredits liegen habe. Okay. Kark Cluster. So, 202 sind wir jetzt schnell. Geld überwiesen. Okay. Das gibt es gar nicht. Die kaufen die Schilde leer. Obwohl ich den Höchstpreis eingegeben habe. Aber ich werde dir mal die Energiezellen teurer machen. Nicht, dass damit ihr immer leer kauft. Ich habe nämlich nur noch 77.000 Energiezellen. Kahuna, schon wird er nur noch 900. Oh, verdammte Axt. Okay. Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Da ist die wieder welche. Gehe zur Position. Fliegst wieder hierher. Kommando akzeptiert. Okay. Springe in Sektor. Umikron-Lüre. Das wollte ich jetzt blöder Befehl, was ich dir gegeben habe. Kommando akzeptiert. Kommando akzeptiert. Eingehende Nachricht. Kommando akzeptiert. Ich muss halt immer weit weg springen hier von dem Sektor. Habe ich festgestellt, wenn ich einfach direkt wieder andlocke, bekomme ich keine Nachricht von diesem Tuner. Und deswegen muss ich immer ein bisschen weiter weg springen. 169 waren wir voll schnell. Jetzt sind es wir schon 202. Dreimal kann ich das ganze Prozedere noch machen. Dann ist wahrscheinlich eh die Kohle alle. Aber das kann man immer später auch noch mal machen. Was halt doof ist, schade ist, man kann den Laderaum nicht erweitern. Das wäre cool, wenn das gehen würde. Na, 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 na. Du fliegst mal nicht so komisch hier. Ähm. Erweiterter Satellit transferiert. Das ist der Wahnsinn, ne? Die Markzweik-Kampfdrohne bietet im Vergleich zu früheren Versionen zusätzlich zu einer Ver... Kommando akzeptiert. Obwohl die Satelliten und alles auf Höchstpreis sind, kaufen die mir trotzdem die... Die Fabrik leer hier, ne? Das Kontrollzentrum eines Komplexes, Brigitte. Guckt euch das mal an. Schild ist auf Maximum, Satelliten sind auf Maximum und die kaufen das alles raus. Die ganze KI, Wahnsinn. So, wie viel Geld habe ich denn jetzt? Habe ich eigentlich jetzt noch Händler? Ähm. Gelandete Schiffe. Nee. Aber. Okay, das sind andere. Dann machen wir Herzenslicht. Dann können wir noch ein paar Händler losschicken. Nicht Heimat der Legende. Und zwar alle gelandeten. Docker an. Dann können wir noch, ähm. Fünf Schiffe. 37, 8, 9, 40, 41. Dann können wir nämlich noch ein paar Schiffe, ähm. Als Händler einsetzen. Ich muss nur gucken, wo ich die hinschicke. Aber dann sind die auch erstmal versorgt. So, ich werde jetzt auf jeden Fall noch zweimal, äh, noch einmal die Geschwindigkeit tunen. Und dann auch die Manövrierbarkeit. Und dann sehen wir, wie viel Geld ich noch habe. So, wir sehen, ob jetzt gleich noch eine Nachricht kommt hier. Vom Wird noch sechs Millionen holen. Ah, okay. Gut. So ist es. Die kleine Susi. Die Eltern des kleinen, argonischen Mädchens namens Susi möchten Sie bitte am Casino abholen. Ja, ich habe schon ewig keine Sektoren mehr erforscht. Entschuldigen Sie vielmals, aber dafür bin ich nicht zuständig. Es tut mir leid. Gar keine Zeit mehr dazu. Aber das kommt dann auch bald wieder. Wir haben noch einiges am X-Universum zu erforschen. Es sind noch einige Sektoren. Wo ich noch nicht war. Entschuldigen Sie vielmals, aber dafür bin ich nicht zuständig. Es tut mir leid. Aber was ich nebenbei machen kann, ich kann mal... Die Ausrüster-Schiffe wieder ausrüsten. Es war uns eine Freude mit Ihnen zur Arbeit. Eingehende Nachricht. Okay, wir machen das mal anders. So, 95%. Genau, die Marines haben schon angefangen zu reparieren. Wie viel Energie... Oh, Halt! Hä? Wo ist sie? Sollte mir nicht einer verfolgen? Einer verfolgen? Wo ist mein TM? Folge Hyperion! Du hast ja Autosprung an! Ach! Du hast ja gar keinen Sprungantrieb mehr drinne, oder? Sprungantrieb transferiert! Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%, 30%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, initiiere Sprung. So, für zwei Mal habe ich noch Raumkraut dabei. Für zwei Tuningvorgänge. Geld müsste ich auch noch haben. Verzerrte Herrschaft. Für zwei Mal. Und dann muss es erst mal reichen. Wie gesagt, als nächstes werde ich zweimal die Beweglichkeit machen. Die Manövrierbarkeit. Verblasste Träume. Tor, Schleier des Irrglaubens. Stationseinstellungen. Kampfdrohne Mark II. Transferiert. 25. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Haben wir jemanden in drei Welten? Aber das lief doch beschissen dort, gell? Egal. Kommando akzeptiert. Okay. Halt. Habe ich mal. Haben wir jemanden in Familie Zayn? Ja. Haben wir jemanden in... Tarkas Stern? Nein. Kommando Konsole. Kampfdrohne Bergungscrew bereit. Startes Sektor. Hängt Tarkas Stern. Kommando akzeptiert. So, haben wir jemanden in... Rotor Schein. Haben wir jemanden in Rotor Schein? Nein. Dann machen wir das. Kampfdrohne Mark II. Transferiert. 5. Handel. Startes Sektor Händler. Rotor Schein. Kommando akzeptiert. Kommando Konsole. Kampfdrohne Bergungscrew bereit. Der nächste kommt Heimat des Lichts. Ist... 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 In Heimat des Lichts ist noch nichts. Okay. Nein, keine Angst. Ich reibe nicht zu jedem Sektor. Ähm, Arbeiter... Ne, Quatsch. Hä? Der Mistral ist der Frachter der Ud. Ach so, okay. Vergessen auszumachen. Kampfdrohne Mark II. Transferiert. 5. Okay, jetzt fliege ich erst mal hier durch. In Heimat des Lichts ist noch nichts. Erreiche System. Schleier des Irrglaubens. Okay. Der Marodeur. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Heimat des Lichts. Kommando akzeptiert. Kampfdrohne Bergungscrew bereit. Wie viel Geld habe ich noch? 17 Millionen. Okay. Heimat des Lichts. Erzgürtel ist jemand. Genau, dann... G's Hinterhalt. Ist auch jemand. Grüne Schuppe. Da kann jemand hin. Der Mistral ist der Frachter der Ud. Der Mistral ist der Frachter der Ud. Undockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Undockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Undockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Kommando akzeptiert. Was waren das schon alle? Eingehende Nachricht. Waren das schon alle? Eingehende Nachricht. Okay. Springe in Sektor. Omikron Lyra. Kommando akzeptiert. Kaufe zum besten Preis. Eingehende Nachricht. Kommando akzeptiert. Eingehende Nachricht. So, was fehlt denn noch? Eingehende Nachricht. Sprungantrieb ins eingehende Nachricht. Undockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Was fehlt dir? Undockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Bioscanner, Insta, Handels, Computer, Erweiter, Ziel, Projekt, Schnäppchen, Singular, Sprung, Transport, Verkauf, Versorgungssoftware. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So, halt, kauf ist im besten Preis. Kommando akzeptiert. So, hab ich jetzt alle 41. Ja, stimmt sie nicht mehr. Es sind nicht mehr Händler. Okay, dann werden wir erstmal alles abgearbeitet. Wie, äh, hab ich hier noch? Raumkraut 50. Gut, ich mach das jetzt noch bei, äh, zweimal mit der Hyperion hier. Und melde mich dann beim nächsten Mal wieder bei euch. Das ist jetzt nicht mal so interessant. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis dann. Ciao.